Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Halt endlich deinen Mut für immer! Oh Gott, was hab ich getan? Die Frage der Geschworenen der Revolutionsarme Freies Eldorado. Halten Sie den Gefangenen für schuldig oder für nicht schuldig? Nicht schuldig, Kommandante. Oh. Dann muss ich das hohe Gericht bitten, sich noch einmal zur Beratung zurückzuziehen. Warum, Kommandante? Weil wir den Gefangenen schon erschossen haben. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass meine Hose nicht in den Salat gehört? Lieber Himmel, sagen Sie mal, Herr Peters, hatten Sie niemals Sexualunterricht? Haben Ihnen Ihre Eltern niemals gesagt, wo Sie herkommen? Aber ja doch! Na und, woher? Aus Bergisch Gladbach. Nein, Herr Peters! Begreifst du jetzt, was es für Vorteile hat, zur Volkshochschule zu gehen? Okay, okay, du behauptest, ich lerne nichts hinter der Theke. Jetzt werde ich dir mal was sagen, was ich weiß und du nicht weißt. Weißt du, wer Albert Krieger ist? Albert Krieger? Nee, nie gehört. Wer ist denn das? Weißt du, wer ist eben doch nicht alles. Das ist nämlich der Typ, der immer bei deiner Frau ist, wenn du in der Volkshochschule bist. Ich muss jetzt nach Hause. Bei uns gibt es heute Abend Spinat und der lässt sich ja so schlecht aufwärmen. Guten Abend. Applaus Vielen Dank.